Hey Leute, was geht denn damit? Alles willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem anderen Kanal. Heute starten wir mit The Dark Picture Anthology, The Devil in Me. Ein neues Horrorgame auf diesem Kanal, deswegen viel Spaß mit den Highlights. Charlie, Charlies Schlafzimmer, 19.27, 26. Oktober. Ich suche ja. Kate wollte dir das geben. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie dachte wohl, das hilft dir bei Stress, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht gestresst. Ok? Oha, der ja... Siehe ich irgendwie gestresst aus? Ja, jetzt gerade. Das war rhetorisch. Hast du sie gefunden? Ich... Nein, ich schwöre, sie waren da drin. Das verstehe ich nicht. Ja, scheiße. Such in der anderen. Hast du das nicht schon? Such einfach. Sind nur Klamotten und... Ok, Räumungsbescheid. Das Studio? Ich hab die Studiomiete vom falschen Konto bezahlt und der Scheck ist geplatzt. Ich muss nur ein anderes... Alles gut. Also ist alles in Ordnung. Sorg dich lieber um meine scheiß Zigaretten. Was ist er jetzt für einer? Weg? Also hat's jemand geklaut? Ich weiß nicht. Könnte ich mir bei Kate gut vorstellen. Oder Jamie? Das ist schon gar nicht mehr, also what the fuck jetzt... Also die zwei Characters sind schon mir richtig unsympathisch. Zurückhalten, lass uns einfach weitermachen. Schon gut. Lass uns einfach weitermachen. Beim Foyer war eine Bar. In einer Bar gibt's doch Zigaretten, oder? Naja, in Bars ist das Rauchen eigentlich verboten, also... Na los, sehen wir nach. Wenn du welche findest, verzeihe ich dir. Für was? Warum will er dir irgendwas verzeihen, so? Dass er vielleicht die Zigaretten verstanden hat? Also der Charlie ist jetzt wirklich... Jeder Dude, muss ich ehrlich sagen. Aaron, was du gerade für die Firma leistest, bedeutet uns viel. Deine Taschenschleppen und Wäsche abholen? Absolut. Okay. Ich suche mal nach einem Geschenkeladen oder so. Ich hatte heute schon einen Asthmaanfall und dieses Staubinferno fehlt mir da gerade noch. Du könntest Zigaretten geben. Genau. Gutes Mädchen. Wow! Eine Animatronik. Achso. Unglaublich. Was darf es sein, Mr. Demet, Sir? Eine Schachtel Zigaretten, bitte. Hallo? Eine Schachtel Kippen! Das ist eine Puppe! Wäre auch zu schön gewesen. Egal. Danke, Robobarkeeper. Natürlich, Sir. Wie Sie wünschen. Das gibt es nicht. Vielen Dank, mein mechanischer Freund. Sehr nett von dir. Es gibt wirklich Zigaretten hier. Wir gehen gleich die Zigaretten holen. Alles so dunkel hier. Weißes Bild. Okay, in irgendeinem Raum, wo es brennt. Also, okay. Verbrannt. Ich dachte nur, die Schwarzen wären die Todesverahnungen. Die einzige Zigarettenschachtel. Wie bekommst du die denn jetzt nur raus? Natürlich will er es passend. Oh nein, das macht er nicht wirklich. Oh, Digga! Was soll das? Alles ruhig und auf einmal knallt das Ding auf. Was soll das denn? Ja! Komm zu, Papa. Hey! Hey! Oh nein, nein, nein! Bitte! Komm schon! Nein! Nein! Nein, bitte! Ich hab wirklich einen Scheißtag. Und du machst es schlimmer. Oh. Oh, ja. Hahaha! Okay, dass es manchmal der Sound nicht da ist, finde ich auch komisch. Oh, shit. Was? Was? Nein, komm schon, du Scheißding! Tu mir das nicht an! Oh, Gott. Du Schrotthafen. Gib sie mir! Gib mir meine Zigaretten! Okay, wer war das hinter uns? War das jetzt Homes? Ja, wir sind noch in der Bar. Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Okay, ich komme. Der Barkeeper. So kleine Dinger. Kleine Dinger. Und ich erschrecke mich zu Tode. Ich hatte nie... Woa... Komm schon. Ist doch gar nicht so hoch. Meine Höhenangst sagt was anderes. Wovor hast du Angst, Miss? Steht's bereit für die Kamera. Du siehst toll aus, wie immer. Das sind die Dinger von... Kennt ihr? Aus dem Intro. Besitzen wir den Opfer von... Von H, H, H. Holmes. Chicago, 1896. Das ist der Hufe. H. H. Holmes. Wir fassen jetzt einfach an... Boah, Digge! Mich auch zweimal. Okay. Okay. äußerst komisch da fehlt doch einer, oder nicht? entspannen wir uns mal beruhigend das ergibt wirklich keinen Sinn na doch, ja schon doch wir sind ja auf und was jetzt Boss? schwimmen wir zurück? wie ist der Plan Charlie? wie ist der Plan Charlie? wie immer bei Lonnet Entertainment sitzen wir uns die Ärsche breit und drehen Däumchen bis die Deadline naht und wir panisch irgendeinen Scheiß zusammenschustern und ich die Sache durch mein Voice-Over rette die wollte Englisch reden das fliegt wie sie es Trinken wir darauf dass Topika nicht mehr Charlies schlechtester Einfall ist also ich würde jetzt gerne auf euch trinken ehrlich ich weiß ich bin die Zielscheibe eures Spots das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie Mark und Jamie ihr schafft so viel Arbeit wie sonst zehn Leute und Kate trotz unserer Streitereien bist du das Herz dieser Show dank dir bleiben die Leute dran und zu gut erlötzt unser Neuzugang Aaron ohne dich werden wir verloren wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail bis auf an die Zigaretten mäh ich danke euch für eure Arbeit Prost Prost auf uns Prösterchen Prost ich hab nächste Trinken da aber Prost Womit fangen wir an, Charles? Du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn du mit auftauchst? Ja, gute Frage. Mir macht es uns nicht leicht. Ich will ihn nicht verärgern. Denkst du immer noch, das war es wert? Mir kommen langsam Zweifel. Wow. Wenigstens bist du ehrlich. Das schreiben wir auf deinen Grabstein. Wir machen ihn nett, Chad. Wir versuchen ihn nett zu machen. Den Bastard versuchen wir nett zu machen, damit er halt sympathischer oder kommt, Chad. Ja, wir sollten was tun. Bauen wir im Foyer auf. Wenn er kommt und uns aufhält, gut. Falls nicht, haben wir zumindest was im Kasten. Das war jemand anderes. Okay. Er baut uns nach. Das habe ich eben auch schon gehört, das Heulen. Hallo? Leute? Seid ihr das? Das ist ja ganz gern. finely tuifeln. Ich bin el 하나�. Ich bin der Ah 1 für die Waren. Für die Waren! Ich hab so Angst, dass sich jetzt irgendwas passiert und mit dem Riechmikrofon hier rumlaufen. Das ist ein Bild, was wir uns angucken können. Wir haben so viele Bilder gesehen schon, wo wir sterben. Also, wo viele Charakter sterben. Ich glaub, jetzt langsam nimmt das Game Fahrt auf, ne? Okay. Da... Da... Hä? Mach dir nichts, keine Sorgen. Das tue ich aber längst. Conrad ist besser. Hä? Wir finden ihn. Bitte. Für mich. Entspann dich, okay? Das hier könnte für alle ein toller Kurzurlaub werden. Oh ja. Deine achtjährige Tochter will so viel Spaß mit den großen, den Animatroniken und der Serienladers, die Biothek haben, oder... Hörst du dich selbst reden? Entspann dich doch mal zwei Sekunden lang. Dann hättest du vielleicht mal Spaß. Spaß haben? Das hab ich vor Jahren aufgesprochen. Hey, vertrau mir einfach, okay? Ich wollte nie hierher kommen. Aber jetzt sind wir hier. Ist das... Ist das der Mr. DeGrois? Oder... Ne, wie heißt der? Ich hab den Namen vergessen und seine Frau im Streiten gewesen oder was? Was ist das? Das kann ich mir nicht angucken. Ich find's krank, dass die Räume sich hier alle changen. Die ganzen Durchgänge. Häh! Digga, was passiert hier? Digga, was passiert hier? Digga, was passiert hier? Was, 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 was passiert hier? Warum, warum mach ich das? Oh, Digga. Sicherung. Wegen ihr ist der Strom aus, oder was? Es ist auf jeden Fall gerade sehr, 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 sehr krank. Es ist wirklich wieder sehr horrorlastig, muss ich ehrlich sagen. Bis dato. So, also, könnte auch daran liegen, weil ich mega angespannt bin. Mit dem Ganzen hier gerade. Toll. Auf in den gruseligen Wartungsraum im Gruselhotel auf der Gruselinsel, wo wir ne Doku über Serienmörder drehen. Ganz allein und ohne meinen Taser. Viel Spaß mit dem Änderungsstück, Ben. Du bist selbst schuld. Triff bessere Entscheidungen. Der hat den Hut gekauft, okay. Wir brauchen einen PIN-Code. Scheiße. Hatten wir irgendwo? Wir stellen nun mal 1741 vielleicht. 1741. Sollen wir das mal machen? 1741. 1741. Sieben. Vier. Eins. War falsch. Okay. Irgendwas immer mit vier Ziffern. 1896. Wo die Familie gestorben ist da. Die erste, die wir im Intro gehabt haben. Hätte sein können. Okay, das dann nisch. Fuck. Aber, Chad. Jetzt bin ich richtig arm. Das werden wir am Freitag weiter gucken. Wir werden am Freitag weiter in diesem Spiel gehen, weil wir haben jetzt 20 Uhr schon und ich muss morgen natürlich wieder früh rausarbeiten. Und am 20 Uhr werde ich pennen gehen langsam. Da muss ich noch nämlich die Aufnahme rüberziehen auf dem Macbook. Deswegen bedanke ich mich fürs Dabeisein. Für jede Art Support. Und wir hören uns in uns. Wir riechen uns die Tage wieder. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020